Wir sind angekommen und haben einen Parkplatz gefunden. Mein Kameramann nimmt seinen Sack. Ich weiss nicht, was da drin ist. Das weiss ich glaube ich schon. Das ist ein Licht. Hier weiss ich nicht. Und was gibt es noch da? Was ist das? Ah, noch eine Tasche. Ja, okay. Da nehmen wir diese andere Tasche. Guten Tag. Wir wollen heute einen Kameramann vorstellen. Es ist wunderbar, Superman. Aber damit ihr ihn sehen könnt, muss ich ihm ein Foto machen. Jetzt will ich ihm die Kamera nehmen. Wie ist es so, diese Arbeit zu machen? Ja, es ist sehr schön. Es ist immer etwas Neues. Man weiss nicht, was am Tag geschieht. Von dem her ist es immer sehr spannend. Und das Auto, das Sie bekommen, sind Sie zufrieden mit dem Auto? Ja, super. Es ist perfekt. Und sind Sie mehr Kameramann oder Biertrinker? Ja, ich bin beides. Ich zähle mich zu beides. Also ich trinke heute Abend sicher gerne mein Bier. Vielen Dank.